Ein wunderschöner Blick von der Elbe auf den Sylberg in Blankenese. Abonniert den Kanal für mehr Content über Hamburg. Der Sylberg ist 74,6 Meter hoch und ist damit auf den 10. Platz der höchsten Erhebung in Hamburg. Im 11. Jahrhundert wurde der dicht bewaldete Berg gerodet, um eine Burg auf dem Gipfel zu bauen. Diese Burg wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder zerstört. 1258 wurde durch die Gebrüder Johann und Gerhard, Grafen von Schaumburg und Holstein, wieder eine Burg errichtet. Welche nach nur vier Jahren wieder abgerissen wurde. Seit 1837 wird das Plateau gastronomisch genutzt. Der markante Aussichtsturm wurde 1887 errichtet. Wenn dir der Kanal gefällt, kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du den Kanal folgst und abonnierst. Ein Like verlässt, ein Kommentar schreibst, das Video speicherst oder teilst. Das dauert nur ein paar Sekunden und kostet dich ansonsten nichts. Danke. Das dauert nur ein paar Sekunden und kostet dich ansonsten.